Musik In den Tiefen des Weihraums in einem Fernsteigungssystem leben auf einem kleinen Planeten die Obis. Die Obis sind freundliche, gesellige Lebewesen und wenn die Leben leben, Shamanara. Die Bewohner von Shamanara führen ein glückliches und sorgen freies Leben. Das angenehme Klima sucht das ganze Jahr und die frale Temperaturen, die zu essen, bieten und fassen auf diesem Planeten die nukleärkere Furcht. Die Obis sprechen Pologi, eine Star-Wilfe aus unserer Jahren und ähnlichen Art. In Obis scheint es auf diesem Planeten ein bisschen zu fehlen. Dennoch gibt es seit kurzem etwas Aufregung auf Shamanara. Möchten Sie doch gar nicht die Übung von einem High-Node. Das High-Node ist ein frischendes und wäre somit eine Abwechslung zum warmen Klima auf Shamanara. Es macht großen Spaß, die Starren aufzuhalten und bietet auch genug Platz für alle Obis, hatten einige Weltraumreisende berichtet. Auf Shamanara haben die Obis schon alles abgesucht, aber hier war das High-Node nicht zu finden. Sie beschlossen deshalb, eines Tages mit ihrem Raumschiff im Weltraum nach diesen faszinierenden Rhein-Node zu suchen. »Viddy, das war ein grosses Auslegium im Weltraum!« »Das ist ein Jungfrau, die Starren aufzuhalten!« »Viddy, das war ein long, Rhein-Mode zu suchen, bei der Eierstaat einstrahl, »Gen theo dieem 수j Sakur-Sat, Vorbei haben wir noch nicht überlassen, wenn wir wissen, dass der einladenliche Sommer ist. Wir freuen uns, wenn wir für sein Leben und wir wissen, dass wir uns in der Zeit haben. Lichtjahr um Lichtjahr bringt das Raumschiff Flandalation vor, doch es zeigt sich kein Hinweis, wo das Heimut zu finden sein könnte. Das Raumschiff mit dem U ist an Bord an drei Monate unterwegs, als der Skelle plötzlich die Funktion eines Unbekanntes meldet. Das Raumschiff näherte sich einer Baustellplattform, auf der einige Schubillianer arbeiteten, um Raumlöcher zu flicken. Schubillianer waren in großen Teilen des Universums bekannt, wegen ihren besonderen technischen Fähigkeiten. Gegen großzügige Bezahlungen lassen sie sich gelegentlich zu Arbeiten auf Planeten- oder Raumstationen überreden. Per Funkkontakt versuchten die Obis, von den hochnäsigen Schubillianern etwas über das Heimut zu erfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist zwar nicht sehr vielversprechend, dem Hinweis eines Schubillianers zu folgen, solange für den Hinweis nichts bezahlt wurde, aber es war für die Obis der einzige Anhaltspunkt, den sie hatten. Plötzlich geriet das Raumschiff in einen gefährlichen Asteroidensturm, der das Leben der Obis gefährdete. Plötzlich geriet das Raumschiff in einen hohen Schubillianer. Plötzlich geriet das stones, den sie mailingen, die es so einzugritten hat. Musik Musik Im Hinweis des Sogenaner Folgen erreichten die Unis nun ein Sonnensystem mit einem auffallend blau leuchtenden Planeten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020